Hallo zusammen und wir sind wieder bei Zugbildung nach Vorbild. Diesmal haben wir einen Zug aus den 70er Jahren. Ich sag mal zusammengestellt nach einem Foto. Das Foto setze ich natürlich unten in der Beschreibung wieder als Link hinein. Der Zug ist originaler nachgestellt. Originaler geht es nicht mehr. Die passende 110, zwei Liegewagen und zwar die mit den sogenannten 11 Fenstern, ein Speisewagen, zwei popfarbene Schlafwagen und hinten zum Schluss Autotransporter. Dieses ist der Autoreisezug D9744 nach Norbonne und wurde so abgelichtet am 22.08.1976. Ja, dann mal viel Spaß mit diesem wunderbaren Autoreisezug. Einer meiner Lieblingszüge, die ich so fahren lasse, weil der, ich meine, ich finde, der sieht klasse klasse aus. Viel Spaß! Die Liegewagen übrigens, diese 11 Fensterwagen, sind von Harris. Gibt es bis heute von keinen anderen Hersteller. Der Speisewagen ist von Roco. Die beiden Schlafwagen in Popfarben sind beide von Roco und die Autotransporter sind tatsächlich von Lima. von Ra cực und großartiger Bord, dass wir von 14 astig sein und Vonohin woverswerten? Vonohin wuppen. Beideen. Vonohin wuppen. Vonohin zu. Vonohin. Vonohin. Sollte Kaffee Kaffee Bis zum nächsten Mal. Sollte So und hier wie wir scannen nochmal einen langsamen Pfad. So und hier wie wir scannen. Und wie gesagt in dem Link unten runter scrollen bis zum 13. Bild. So und hier wie gesagt. 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 So und hier wie gesagt.